Strange. Sieht aber geil aus. Dann will ich nochmal. Cool. Hat was. Hehehe. Ach, die wird auch alle. Die Zustände weg. Toll. Gut zu wissen. Verreckt dran. Ist den armen Quacker noch in Ruhe. Hat ja nichts getan. Hm. Ich wollte eigentlich nicht mehr Stunden lang den Ruhm gammeln im Wasser. Ich wollte die Quest fix erledigen. Das ist auch zugegebenermaßen die einzige Quest, die ich wirklich nicht mag. So eine der wenigen Quests, die ich auch nicht abkann, weil das weiß ich nicht. Beziehungsweise mit dem Dieb nicht, weil ich echt Probleme habe, die unter Wasser zu killen. Echt so doof, so. Komm. Schließ die Quest ab. Schließ die Quest ab. Schließ die Quest ab. Ich hab's gelootet. Ich hab's gelootet. Hoffen wir's mal. Cool. Ich hab's gelootet. Hoffen wir's mal. Cool. dann 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 holen wir uns mal noch noch ein visster was uns fehlt also ein fähigkeitspunkt der uns noch fehlt ach ist das nicht schön solange man weiß was einem fehlt es ist nicht so dramatisch und dann noch ungefähr der lage ist zu finden was er empfährt alles gut fress meinen staub lasst mich bloß in ruhe so schön nicht wahr ich werde einfach immer besser so dürfte von da etwas kürzer sein der weg fress meinen staub schwäche macht mich krank das ist ein blöden eingang finden ist ja schon eine herausforderung für sich das ist ein blöden eingang finden ist ja schon eine herausforderung für sich auch leute und jetzt von mir ein moment und wissen wir da so man 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 müssen wir wollen schlimm 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 das ist ja echt nicht schön so so dafür brauchen herz und da oben fehlt noch das visster ich davon hier hoch dann laufen wir einfach mal von hier aus dahin ich halte mein level ab fress meinen staub dann wollen wir doch mal hier hoch ne damit wir uns noch ein paar aussichtspunkte krallen können so sind wir auch schon quasi da schön nicht wahr schön nicht wahr hm hm so ähm jetzt fehlt uns das fertig das fertig zwei davon zwei davon ein herz ist da da ist noch ein point of interest der uns fehlt das heißt irgendwo ach ja hier unten fehlt noch ein herz und alles klar dann weiß ich jetzt wenigstens wo wir hin müssen das ist schon mal ganz gut das ist doch schon mal gut das ist doch schon mal gut wie nervig sind die killen dann immer so oft ist dann echt nicht mehr schön die 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 tja kommt halt vorne naja halt das schreit ja jetzt mädchen zu dem vorbeischauen denke ich wir erstmal kurz hier rein gruppen event muss das sein schweinerei gibt es doch nicht tötet das fiech mich da einfach ich sag ja nicht mehr die lidsquests so irgendwo hier war das mädchen da kari hi grüß euch so kommt jetzt mit ja sie kommt mit sie ist im ernst lang bei der bis bei ihr bleibes wieder koch gott ich gehe hier erst weg wenn diese kreatur auf weg ist ich gehe kreaturen duainer segne euch oh komm wichtig na geht doch ich guck mal ein schöner wächter wenn es dabei hilft das ist das sieht nicht aus wie der richtige weg nein da drüben sind noch mehr kreaturen tja ich gehe hier erst ein bisschen schmerzwissbar komm klar komm bewegt deine schlein füßchen Okay. Oh, ich bin so still geworden. Film mir gerade zu oft. Tut mir leid. So, äh, ja, ähm, ja. Ich will nicht auch gerade noch. Äh, bop, 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 bop. Dann haben wir die bald hier rausgebracht. Das ist schon ganz gut. So, Herzquest auch fertig. Äh, oha. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden. So, komm, Kleiner, es gibt Gas. Meine Herren, komm schon. Leute, es gibt das. Direkt, komm schon. Sterbt. Alle. Komm, Kleiner, kannst du raus. Genau. Komm, 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 hier raus. Komm, Mädel, hieb Gas. Oh, ich bin so froh, dass ich aus dieser Höhle raus bin. Tja. Wir sind noch nicht in sich. Ich gehe hier erst weg, wenn diese Kreatur ausfällt. Ja, wissen wir. Mann, 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 Mann. Was ist da hinten los? Hm. Sieht schon strange aus, was hinten abgeht. Oh, ja, klar. Komm, 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 gleich sind wir da. Da, da ist seine Mutter. Und das nächste Mal spielt es nicht mehr so komisch alleine rum. Ja, und ich würde sagen, genau hier können wir mal diese Folge erst mal beenden. Wir sehen uns dann mal in den nächsten. Und bis dahin, ja, komm, die Ruhe. Macht's gut. Und ja, tschüss, ne? Bitte helft mir.